Das ist jetzt ganz wichtig, so wie momentan bei Otto und auch der Familie Heinz Becker. Ja, da gibt es ja so Einblendungen und ich weise sie darauf hin, dass ich hier mit einem afrikanischen Tier auf der Bühne stehe. Politisch korrekt wäre womöglich der fränkische Karpfen. Aber den habe ich heute Mittag selbst gegessen. Politisch korrekt? Bist du verrückt? Du hast den Karpfen gegessen? Weißt du, wie viele Veganer da draußen jetzt gerade Schnappatmung bekommen? Also ich meine VeganerInnen und Veganisten und Veganösen, ach egal. Amanda, bitte, es kann doch glücklicherweise jeder machen, was er möchte. Ja, wenn jemand gern vegan ist, bitte, ich esse halt gern Fisch. Auch okay, mal abgesehen davon, Karpfenblau ist fränkisches Kulturgut, ja? Alter Schwede, jetzt ist der Karpfen auch noch blau? Da kommt ja der drogende Auftragte gleich noch hinterher. Hör aber auf, ja. Dann möchte ich Sie aber auch darauf hinweisen, dass ich hier mit einem 40-jährigen Mann auf der Bühne stehe, der gerne mit Puten spielt. Ja, hallo, bitte. Ja. Sag mal.